98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Internet und Medien. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation in Berlin. Zum Glück. Nicht nur das Leibgericht Ihres Facebook-Freundes, Chicken Döner mit Knoblauchsoße, wird gepostet, sondern auch die Büste der Nofretete und andere Kunstwerke deutscher Museen. Denn die deutschen Museen werden in sozialen Netzwerken immer aktiver. Und das Schöne? Die Berliner Museen mischen dabei ganz vorne mit. Unter den 10 deutschen Museen mit den meisten Facebook-Freunden sind gleich 4 Museen aus der Hauptstadt. Unter anderem Staatliche Museen Berlin und der Hamburger Bahnhof. An der Spitze der Facebook-Freunde unter den deutschen Museen liegt das Miniatur-Wunderland in Hamburg mit der weltweit größten Modelleisenbahn. Über 100.000 Fans sagen, gefällt mir. 98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation. Studiere Medienmanagement und sichere dir eine der letzten Studienplätze plus Berlin-Stipendium. www.paradiso.de